kann man auch ganz gut sehen ja nicht das jetzt hier nicht tief genug rein nicht um die ecke hier geht es ja gut dass ein bratenohr das geht auch noch das können sie auch jedem als das muss länger sein genau hier gibt es ja unten diesen knick den der liegt ungefähr auf dieser höhe ich komme jetzt bis hierhin ich muss bis hierhin kommen um dann dann können wir uns ruhig draufsetzen hier sind wir schon in der nase drin das will ich gar nicht gut das haben wir noch den arbeitskanal dann ein bisschen stört das geht ja das ist eine große hundennahme was denn alles gut okay hier siehst du die verschlussfalte sieht man doch ganz schön das ist jetzt allerdings ein ich sehe allerdings jetzt wie das mit jedem größer wird ja das kann man auch noch machen genau wie stelle ich jetzt das nicht ein nicht so jetzt haben sie es gerade ja möchten sie es heller oder dunkel ist ich möchte es heller so ja weiter weiter noch eins so bei heller geht es nicht so wenn sie ein foto machen wollen müssen sie auf den knopf da drunter drücken das ist klar okay was mich vor allen dingen interessiert jetzt fotos so foto gemacht dann noch mal drauf drücken dann ist es wieder genau okay ja